Ich glaube, ich habe das in unsere Tonne, da Werkstofftonne, getan. Auf alle Fälle nicht im Glaskontainer, das habe ich schon mal gesehen, dass sie da nicht reingehört. Na, da gibt es ja die Elektroentsorgung für Elektronik. Ja, wie Batterien vielleicht irgendwie so. Was damit dann hinterher passiert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich die da wie Batterien wieder zurückgeben sollte. Zurückgeben im Geschäft. Es ist uns wichtig, dass Leuchtmittel, verbrauchte Energiesparlampen oder LEDs nicht in den Hausmüll gelangen. Also die Entsorgung geschieht bei uns im Haus. Jeder Kunde kann bei uns seine alten Leuchtmittel in diese Sammelboxen reinbringen oder reinlegen. Wir geben sie dann weiter an die speziellen Entsorgungsstationen. Dort werden sie recycelt und neu produziert. Altlampen gehören in die Sammelbox. Ihre nächste Sammelstelle finden Sie unter sammelstellensuche.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017